hallo kochen mit andrea ich wollte euch heute für einen bayerischen wurstsalat noch mal mitnehmen weil sich das meine jungs gewünscht haben so wir legen mal los wir brauchen 400 gramm fleischwurst in grobere stücke so geschnitten dann kommt eine zwiebel rein geviertelt und dann um 250 gramm gewürzgurke rein so und das zerkleinern wir jetzt auf vier sekunden stufe 5 so schauen wir mal so sieht es jetzt aus jetzt kommt noch 100 gramm gurkenwässer dazu so eine prise salz und drei präsen aber ich mache das jetzt so ein bisschen wie man daumen kann ja auch immer noch nachkürzen wenn es nicht ist das machen wir jetzt 20 sekunden auf stufe linkslauf auf stufe 2 so zeige ich es euch noch mal so sieht es jetzt aus das richte ich jetzt an und dann zeige ich euch das noch mal angerichtet wie es aussieht und wir haben den schon ein paar mal gegessen der sieht super lecker aus wer mag kann sich ja auch vielleicht noch käse zerschreddern und dann kann man käse dazu machen noch reintun aber wir essen sehen jetzt immer so wir schauen mal so sieht es angerichtet aus und ja heute abend werden wir uns den schmecken lassen und wenn euch der film gefallen hat dann könnt ihr mir einen daumen nach oben und vielleicht ein kostenloses abo geben würde ich mich sehr drüber freuen und dann bis bald tschüss tschüss